Hallo ihr Lieben, Christian Hermann, Paartherapeut, Prüfungscoach, seit 25 Jahren, Paartherapeut und meine konzentrierte Erfahrung, wie man aus Kurzzeitbeziehungen, Langzeitbeziehungen machen, findet ihr jetzt in meinem neuen Buch. Also es war ein bisschen rumpelig, der Start, weil dann immer noch, ah, hier fehlt noch ein Komma und hier ist noch, schreibe ich das jetzt zusammen oder nicht, weil ich habe es komplett selbst verlegt, diesmal im Christian-Hemschmeyer-Verlag, nein, Spaß, gibt es nicht. Und ja, worum geht es in diesem Buch? Es geht darum, wie mache ich aus Kurzzeitbeziehungen, Langzeitbeziehungen, also wie mache ich aus einer Vier-Wochen-Beziehung, eine Vier-Monats-Beziehung, nein, Spaß, heutzutage ist das ja schon Langzeit, wenn man vier Monate zusammen ist. Ja, wie mache ich daraus eine Vier-Jahre- oder ein Zehn-Jahre- oder eine Zwanzig-Jahre-Beziehung und ich bin einer der wenigen Menschen auf diesem Planeten, die schon längere Beziehungen hatten scheinbar. Und genau, ja, es geht darum, auch ein bisschen ums Toxometer, weil du kannst, ja, lernen, eine Beziehung ein bisschen einzustellen auf diesem, ja, auf dieser Skala zwischen Sicherheit und Action. Deswegen ist ja tatsächlich auch ein Kapitel drin, auch ein längeres, wie du deine Beziehung antoxen kannst. Das ist natürlich nicht gemeint, wie du sie toxisch machen kannst, sondern wie du, also ein lockerer Begriff einfach, wie du mehr Feuer reinbringen kannst, dass du auch mal wieder ein bisschen mehr im Bett geht und was weiß ich. Also diesen ganzen Zwiespalt besprechen wir ausführlich auch mit Übungen, natürlich auch, wie kannst du Beziehungen ordentlich wieder beruhigen, wenn zu viel gestreitet wird. Oder gestritten wird, welche Übungen gibt es da, wie, auch ein bisschen Grundlagen, wie wirkt die Gesellschaft auf unsere Beziehung ein. Aber ist auch ein anderes Format, also ich nenne das jetzt so Liebeschipp-Mini-Bücher, da soll es jetzt mehrere von geben. Ist ein bisschen dünner, sehr konzentriert, also ohne viel drumrum, fangen wir mal bei Adam und Eva an, gibt es hier alles nicht, gleich, dack, 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 dack. Und genau. Ja, wo gibt es das? Hinten wir auf der Website, da müsst ihr eventuell ein bisschen weiter nach unten scrollen auf der Homepage. Könnt ihr es als E-Book und als, also gleichzeitig als E-Book und als PDF kaufen, dann direkt über die Website runterladen. Und auch das dann, was weiß ich, in euren Kindle-Reader oder als PDF lesen oder whatever. Und es gibt es bei Amazon als Printversion dann von Amazon und auch als E-Book. Hörbuch wird natürlich gefragt. Ja, ich werde ein Hörbuch machen, dann warte noch ein bisschen, weil ich bin gerade, das war schon echt, schon echt anstrengender, als man denkt, wenn man keine, diese Verlagsmaschinerie nicht dahinter hat. Aber ich wollte es halt auch einfach mal ausprobieren und habe auch ein bisschen mehr Verständnis dafür, was ein Verlag macht. Ich finde trotzdem, naja, da habe ich ja schon wieder drüber gemacht. Trotzdem mal froh, das jetzt mal, das mal so ausprobiert zu haben. Aber letzten Endes wird es dann die Erfahrung zeigen, ob ich dabei bleibe oder nicht. Aber jetzt ist es mal so und ich bin ganz stolz drauf eigentlich. Deswegen seid ein bisschen nachsächlich, falls ihr doch noch irgendwo ein Komma zu viel oder zu wenig ist. Aber der Inhalt ist auf jeden Fall mega, denke ich. Und wird auch auf Englisch übersetzt werden. Diesmal bin ich ja voll in Control, das ist das Gute. Genau, Hörbuch muss ich mich noch ein bisschen einfuchsen, weil ich will das Hörbuch dann auch auf Amazon bringen. Und da muss das, sollte man gar nicht glauben, wie kompliziert das ist, so alle möglichen technischen Voraussetzungen erfüllen. Und also das ist sowieso echt ein komplexer Prozess. Vielleicht fragen sich jetzt viele, warum können wir das nicht im konventionellen Buchhandel bestellen? Es gibt eine Plattform, die das ermöglicht. Der Upload auf diese Plattform war aber so eine Katastrophe, dass ich irgendwann völlig entnervt aufgegeben habe. Und also wenn der Bedarf besteht, bei mir direkt Printbücher zu kaufen, dann signalisiert mir das gerne. Dann vielleicht drucke ich dann auch mal welche selber oder so. Aber das würde mich auch wieder bedeuten, dieses Ganze mit, ja, also ich mag immer nicht so gern physische Produkte handeln. Dann werden die zurückgeschickt und was weiß ich und muss man das lagern. Aber vielleicht gibt es, weiß nicht, wenn ich es ehrlich sage, nein, wir wollen das unbedingt von bei dir kaufen. Dann vielleicht, wo der Bedarf besteht an signierten Büchern, schreibt es mir gerne, dann können wir das sicherlich auch irgendwie einrichten. Ansonsten gibt es das natürlich auch für libysche Party in Köln und nach Wien bringen wir es auch schon mit. Ja. Wenn es noch Fragen gibt, schreibt es gerne unten rein, fahrt mir auch noch ein Video dazu. Und also diese Frage, können Langzeitbeziehungen erfüllen bleiben, werde ich beantworten sicherlich mit ja, aber, ne. Also es ist absolut kein Selbstgänger. Und man muss auch ein bisschen, ja, man muss ein bisschen Energie reingeben. Ich will jetzt sachlich bewusst nicht Arbeit, sondern Energie reingeben. Und man muss sich ein bisschen lossagen von dem, was ja heutzutage in der Gesellschaft so schwerfällt, von dem, äh, dieses, ich mache hier immer, äh, ich will immer Action, 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 Dopamin. Das ist auch ein bisschen schwierig, ne. Ich bin gespannt, was ihr sagt, ähm, äh, wenn es euch gefällt, schreibt mir gerne, Rezensionen auf Amazon, braucht man heutzutage immer. Und ich bin gespannt, wie sonst war es, ja, tschau, lieben. Bis zum nächsten Mal.